Wenn Sie studieren, dann haben Sie viel vor und Ihre Familie und Ihre Freunde, die selber nicht studieren, die wissen vielleicht gar nicht, wie viel Arbeit das alles ist. Deswegen habe ich in diesem Video jetzt drei Sachen vor. Ich werde erstens mal klären, was eigentlich der Workload von einem Vollzeitstudium ist, also von der Regelstudienzeit. Dann werde ich Ihnen aber vor allem zeigen, wie Sie einen Terminplan aufsetzen, an dem Sie sich auch halten können, an dem Sie sich gerne halten können. Und dann zeige ich Ihnen noch, wie ich das Ganze in Google Calendar machen würde. Es muss nicht in Google Calendar sein, es kann in jeder anderen Software auch sein, es kann auch in einem gedruckten Kalender sein. Es ist völlig egal, alles was ich sage, funktioniert für alle Varianten. Mir ist nur wichtig, dass Sie einen guten Terminplan für sich hinbekommen. Dazu habe ich ein PDF. Ich habe jetzt hier noch das Word-Dokument, da kann ich ein bisschen dynamisch aufklappen. Aber das PDF von genau diesem Dokument gibt es unter dem Video zum Runterladen. Genau wie die Timestamps, also die Zeitstempel, wenn Sie irgendwelche Teile überspringen wollen und wohin springen möchten, können Sie das gerne machen. Wenn Sie am Handy zuschauen, dann nutzen Sie den ersten angepinnten Kommentar in der Kommentarsektion. Da gehen die Zeitstempel auch fürs Handy. Das unter der Videobeschreibung geht am Handy nicht. Wir haben Vorarbeiten, einmalige. Das sind die Sachen in diesem grünen Bereich. Die gucken wir uns als erstes an. Und dann haben wir diesen immer wiederkehrenden Loop aus Wochenplan erstellen, ausführen, Feedback. Erstellen, ausführen, Feedback. Gehen wir der Reihe nach durch. Zuerst mal müssen wir wissen, wie viel Workload wir eigentlich haben. Und ich habe hier schon hingeschrieben, weil es mir sehr wichtig ist, dass Sie möglichst nicht über die 48 Stunden in der Woche kommen. Das wären so an jedem Tag 8 Stunden Arbeit. Also Montag bis Samstag und dann der Sonntag vielleicht noch frei. Muss jetzt nicht der Sonntag sein, aber ein Tag in der Woche sollte frei sein. Sie denken sich, okay, gut, da komme ich ja nie hin und da kann ich noch was weiß ich wie viel nebenher arbeiten, aber so ist es nicht. Denn die Europäische Union, und das habe ich hier drin dann auch nochmal geschrieben, die Europäische Union legt fest, dass ein ECTS, also die Punkte, die Sie im Studium sammeln, dass ein ECTS 30 Stunden Arbeit ist. Minimum 25, aber bis zu 30 Stunden Arbeit. Und jetzt rechnen wir mal, wie viel Sie eigentlich mit Ihrem Studium, mit der Regelstudienzeit vorhaben. Sagen wir, Sie wollen in einem Semester 30 ECTS bekommen. Das ist normalerweise der Fall, wenn Sie die Regelstudienzeit einhalten möchten. So, 30 ECTS wollen Sie. Jetzt braucht jeder ECTS insgesamt 25 bis 30 Stunden Arbeit, damit Sie den sich verdient haben. Okay, nehmen wir jetzt mal die 30 mal die 25 Stunden. Das wäre die Minimalanforderung. Dann haben wir insgesamt 750 Stunden Arbeit, die wir reinstecken müssen, um diese 30 ECTS zu bekommen. Und verteilt auf das Semester. Das Semester hat ungefähr 20 Wochen an der Hochschule Neu-Ulm. Sie können bei sich auch gerne nachschauen. Ich habe nachgerechnet von Beginn Vorlesung bis Ende Prüfungsphase. Da sind es 20 Wochen im Winter- und im Sommersemester. 750 Stunden also durch diese 20 Wochen, um herauszufinden, wie viel Workload wir pro Woche haben. Und das sind halt 37,5 Stunden. Und zwar bei dieser Annahme, dass wir für jeden ECTS nur 25 Stunden brauchen. Wenn wir jetzt sagen, dass wir bei 30 ECTS für jeden ECTS 30 Stunden brauchen, was immer noch im Rahmen dessen wäre, was die Europäische Union vorgibt, dann haben wir auf einmal 900 Stunden, mit denen wir arbeiten müssen, die wir rumbringen müssen im Semester. Und das auf 20 Wochen verteilt sind ganze 45 Stunden, die Sie in der Woche schon fest fürs Studium verplanen müssen. Plus Minus, klar. Aber das hier ist mehr als ein Vollzeitjob. Und auf einmal sieht dieses möglichst nicht über 48 Stunden ganz anders aus. Wenn Sie jetzt gerade eben sagen, Moment mal, ich kellner doch noch irgendwie 20 Stunden die Woche, wie soll denn das dann funktionieren? Wahrscheinlich nicht. Nicht auf Dauer. Also jeder Mensch ist ein bisschen anders gestrickt und kann vielleicht mehr oder weniger aushalten. Aber so tendenziell sollten Sie schauen, dass Sie nicht über die 48, nicht über die 50 und schon gar nicht über die 60 drüber kommen. Weil sonst werden Sie ausbrennen nach ein, zwei Semestern und dann brauchen Sie eine Pause. Und dann sind Sie aufs Ganze gesehen weniger produktiv, als wenn Sie sich einfach weniger vorgenommen hätten und vielleicht von vornherein mit einem Semester mehr geplant haben. Ich weiß, dass viele diesen Nebenjob brauchen, aber behalten Sie einfach im Kopf, dass Sie, wenn Sie sich zu viel vornehmen, aufs Ganze gesehen sogar weniger leisten. In den Workload gehört jetzt also zur Wiederholung die reine Studiumszeit hinein, also Vorlesungen plus Selbststudienzeit. Das sind diese 37,5 bis 45 Wochenstunden. Dann Ihr Nebenjob. Und dann eben noch alles andere, was Ihnen Energie entzieht. Ich habe hier mal aufgeschrieben, Pflege eines Verwandten. Das sind Dinge, die sind wichtig, aber da kommen Sie danach nicht irgendwie erfrischt raus, sondern eher erschöpfter, als Sie es zuvor waren. So. Das wäre jetzt Ihr Workload. Hoffentlich sind Sie irgendwo in diesem Bereich. Und dann wählen Sie jetzt einmalig noch Ihr Werkzeug. Ich habe vorhin schon gesagt, dass ich das nachher in Google Calendar mache. Und der Grund dafür ist einfach, dass ich das dann auch auf meinem Smartphone haben kann. Dann habe ich es immer dabei. Und ich muss nicht immer noch Papier mitschleppen. Ich habe einfach nicht immer einen Kalender dabei. Aber vielleicht sind Sie der Typ, der einfach gerne einen gedruckten Kalender dabei hat und da gerne schreibt mit Bleistift oder Kohli. Ist völlig in Ordnung. Das Wichtigste ist hier nur, dass Sie es immer zur Hand haben. Also wenn Sie Print gehen, dann haben Sie dieses Ding immer dabei. Insgesamt brauchen Sie zwei Werkzeuge. Zum einen einen Kalender und zum anderen brauchen Sie noch einen Notizzettel für die neuen losen To-Dos. Also in dem Kalender steht Ihr aktueller Wochenplan. Und wenn jetzt irgendwas Neues dazu kommt, also sich Ihre Service-Lampe im Armaturenbrett beim Auto geht an, da wissen Sie, okay, To-Do, Werkzeugtermin, Werkstatttermin vereinbaren. Und das schreiben Sie sich auf diesen Notizzettel auf. Der kann auch digital oder gedruckt sein, ist gerade egal. Und dann sind Sie den Los, diesen Task, diese Aufgabe. Dann müssen Sie das nicht in Ihrem Hinterkopf behalten, weil Sie unterschätzen, wie viel mentale Bandbreite es frisst, wenn man 15, 20, 25 lose Aufgaben versucht, im Kopf zu jonglieren. Dann schreiben Sie das an diesen einen Ort, wo es immer bleibt. Ich habe zum Beispiel ein einziges kleines Notizheftchen hier in meinem Smartphone, ein digitales. Da schreibe ich das rein. Und ich weiß, wenn irgendwas ansteht, es steht da drin. Alles, was ich vorhabe mit meinem Leben, steht da drin. Wird auch synchronisiert. Also wenn ich mein Smartphone kaputt mache, dann passiert nichts. So, mein Tipp hier noch zu den Werkzeugen. Machen Sie die dann zu Ihren Werkzeugen mit den Einstellungen. Zeige ich nachher noch. Das waren die Vorarbeiten. Das heißt, Sie wissen jetzt, wie viel Sie arbeiten müssen, wie viel Workloads Sie haben. Und Sie haben jetzt entweder einen gedruckten Kalender und einen Notizzettel oder Sie haben einen digitalen Kalender und irgendwie eine Notiz-App. Das sind Ihre Vorarbeiten. Und jetzt geht es darum, dass wir den Wochenplan erstellen, dann ausführen und dann ein Feedback machen. Gehen wir da rein nach durch. Wenn wir einen Wochenplan erstellen, dann fangen wir an mit den wichtigen festen Terminen. Also die Dinge, die ein klares Anfangs- und Enddatum haben, an das wir uns halten müssen. Die Vorlesungen zum Beispiel jetzt. Da müssen Sie halt einfach da sein, sonst verpassen Sie die Hälfte. Danach kommen die wichtigen verschiebbaren Termine. Die planen wir mal vorläufig ein. Also die packen wir mal nur rein und schieben dann nachher noch. Das geht im digitalen sehr gut. Im gedruckten jetzt vielleicht weniger. Und dann schieben wir noch, bis es passt. Also vielleicht haben Sie in Ihrem gedruckten Kalender das mit Bleistift gemacht und am Ende machen Sie es mit Koli. Jedenfalls gehört zu den wichtigen Terminen diese Dinge, zu den verschiebbaren Dingen gehört hier noch ein paar andere Sachen. Ich habe Ihnen das PDF ja zum Runterladen gemacht. Ich zeige das hier nachher lieber in Google Calendar, dann ist es näher an der Wirklichkeit. Wenn Sie dann die Planung gemacht haben, dann kommen wir in die Wochenplanausführung. Das heißt, dass Sie den Wochenplan dabei haben. Das ist einer von zwei wichtigen Dingen. Der erste Punkt ist dabei haben. Wenn Sie Ihren Plan nicht dabei haben und nicht wissen, was Ihr Plan ist, dann ist Ihr Plan für die Katz komplett. Und das andere, was hier wichtig ist, Verschiebungen, aber nicht Löschungen, sind normal. Denn Ihre Mitmenschen sind immer wichtiger als jede Terminplanung, die Sie haben. Also klar, wenn einfach Ihr guter Freund, Ihre Mutter, Ihr Vater, Ihre Schwester, Ihr Lebenspartner, wenn irgendwas ist, dann ist das immer wichtiger als alles, was Sie sich in irgendeinem Dokument vorgenommen haben. Sie verschieben was, Sie verbringen Zeit mit der Person und dann geht es weiter an einem anderen Punkt mit dem verschobenen Termin. Weil es bringt niemandem was, wenn Sie sich sklavisch an irgendwas halten, was letztlich eine willkürliche Entscheidung war in Ihrem Feedback-Loop. Warum muss es unbedingt jetzt sein mit dem Fitnessstudio? Es ist jetzt egal. Ja, Ihr Vater ist irgendwo liegen geblieben mit dem Auto, da gehen Sie jetzt hin und schleppen den ab und danach gehen Sie ins Fitnessstudio und bleiben ein bisschen länger. Fertig. Und zum Schluss machen Sie den Feedback-Loop. Der Feedback-Loop ist ganz einfach. Okay, was hat gut geklappt und vor allem halt, was hat nicht so gut geklappt, was hätte besser laufen können und wie kriege ich das hin? Zum Beispiel, okay, ich habe mir zu viel vorgenommen. Ich habe gemerkt, dass mir in der Hälfte die Puste ausgegangen ist. Ich muss mehr Freiphasen einplanen oder mehr Erholungsphasen, meine ich damit. Nicht frei. Zeige ich gleich, was ich damit meine. Oder ja, gut, ich habe mir, ich habe zu ungenau aufgeschrieben, wann ich was studieren möchte. Das zeige ich auch gleich nochmal. Und dann machen Sie in Ihrem Feedback-Loop auch noch den nächsten wöchentlichen Plan. Das heißt, Sie nehmen jetzt wieder Ihren Notizzettel her, wo Sie die ganze Woche Ihre losen To-Dos gesammelt haben und dann tragen Sie die ein und haben einen neuen Wochenplan. Und dann geht es wieder von vorne los. Gucken wir uns das Ganze jetzt mal in Google Calendar an. Falls Sie jetzt gerade eben hierher gesprungen sind, ich benutze jetzt hier Google Calendar nur, weil das ein Gratis-Tool ist. MS Outlook, da kommt schon gar nicht mehr jeder dran und andere Tools halt auch nicht. Ich persönlich kenne dieses Tool und kann es Ihnen gut zeigen und in den meisten anderen Tools können Sie die genau gleichen Sachen machen. Fühlen Sie sich nicht verpflichtet, das jetzt von Google zu nehmen, nur weil ich das jetzt hier drinne mache. Sie können alles machen, Sie können auch einen gedruckten Kalender nehmen. Wobei ich persönlich halt den digitalen besser finde. Ich zeige gleich noch, warum. Das Erste, und übrigens schielen Sie jetzt noch nicht auf die Termine, die hier drin sind. Das hier ist Level 1, das Basic Level von der Stundenplanung, Terminplanung. Das ist noch nicht perfekt. Da ist erstmal der Anfang gemacht. Das Erste, das Erste, was wir in einem Tool machen, wenn wir das zum ersten Mal sehen, ist direkt in die Einstellungen zu gehen und dann erstmal bei den Settings, bei den Einstellungen zu gucken, wie wir das Ding für uns personalisieren können. Und das Erste, was ich jetzt hier mache, ist, ich stelle das mal auf Deutsch um, weil ich Deutsch spreche, offensichtlich gerade eben. dann stelle ich das Datumsformat um auf, ja, Tag, Monat, Jahr. Und das Zeitformat auch auf das deutsche Format. Und dann würde ich hier noch, gehen Sie hier mal in Ruhe durch, investieren Sie hier gerne mal eine halbe Stunde, weil das lohnt sich. Ich weiß jetzt schon grob, wo ich hin möchte. Ich möchte auf jeden Fall die Wochenenden sehen, ja. Ich möchte die Woche aber nicht am Sonntag beginnen. Ich möchte sie viel lieber am Montag beginnen. Das ist einfach meine persönliche Präferenz. Und hier gibt es auch diese Keyboard-Shortcuts. Ist super, wenn Sie ein Tool regelmäßig nutzen, ein digitales. Die kann man sich hier anzeigen lassen mit einem Fragezeichen. Okay, geben wir das mal gerade eben ein. So, das hier sind jetzt die Shortcuts, die Google Calendar kann. Die gibt es auch bei anderen digitalen Tools. Und wenn Sie sich hier ein paar Sachen angewöhnen, zum Beispiel können Sie mit diesen Tasten hier einfach in der Woche davor oder danach reinspringen oder mit T auf Today wieder zurückspringen. Sie können mit E etwas editieren, ohne jetzt groß Rechtsklick Edit machen zu müssen. Das ist super. So, das sind jetzt mal die Einstellungen. Gucken wir uns an, wie sich das jetzt geändert hat. Jawohl, also unsere Woche fängt jetzt am Montag an. Es ist alles auf Deutsch. Wir haben hier die deutschen Zeiten angegeben, nicht mehr mit 1 p.m., 2 p.m. und so weiter. So taugt mir das jetzt persönlich mehr. Sprechen wir jetzt über die Sachen, die hier schon drin sind. Ich habe hier einen Beispielstudent angelegt. Also das ist jetzt nicht mein Wochenplan. Ich habe hier ein Konto erstellt von einem Musterstudent. Indem man sich eine Mailadresse bei Google holt, hat man automatisch Zugriff auch auf den Calendar. Und wenn Sie eben calendar.google.com eingeben, kommen Sie da raus. Hätte ich vielleicht noch sagen sollen vorher. So, und dieser Musterstudent hat jetzt schon ein paar Sachen hier eingetragen. Die sind auch gar nicht mal schlecht. Nur eben erst Level 1, Basic. Level 1 wäre jetzt, wir haben unsere Vorlesungszeiten hier abgebildet. Ich habe die jetzt mal in diesem, was ist das, ich glaube, Flamingo, also in diesem Rot, angegeben, weil die eben nicht verschiebbar sind. Ich kann die nicht verschieben. Die müssen genau da hocken bleiben. Und das Schöne, was man machen kann, wenn man einen Termin anlegt, dann kann man bei weiteren Optionen eben zum einen jetzt diese Farbe angeben, wie ich hier gerade gesagt habe. Ja, die Farbe heißt Flamingo. Und man kann vor allem hier jetzt Serientermine machen. Sie können sagen, nö, der ist nicht nur einmal, der ist wöchentlich einmal am Mittwoch. Jetzt geben Sie hier noch den Namen der Veranstaltung ein. Und dann taucht dieser Termin jeden Mittwoch auf. Also nennen wir den mal Test. Speichern. So, jetzt haben wir hier Test. Und der taucht jetzt immer auf. Sie sehen das. Das heißt, ich muss mir nicht diese Arbeit jede Woche machen. Das wäre ein Krampf. Und das ist mir ganz wichtig, dass Sie halt einfach diese Funktionalität nutzen, um möglichst wenig Reibung in der Bedienung von dem Ding zu haben. Dieses Grundgerüst ist immer schon da. Das ist immer gleich. Sie müssen es nicht jedes Mal anfassen. So, jetzt lösche ich den wieder. Also ich klicke den an und sage, löschen diesen Termin oder auch alle folgenden oder alle, die bisher waren. Ja, ich lösche jetzt mal den wieder raus. So, jetzt ist der weg. Und jetzt ist der für alle Zeit weg. Gut. Schauen wir uns an, was wir hier drin jetzt schon haben. Wir haben unter anderem die Vorlesungen drin. Und dann haben wir jetzt hier schon ein paar Termine, die im Prinzip verschiebbar sind. Das ist vor allem jetzt gerade eben das Fitnessstudio. Die habe ich jetzt in diesem Lavendelton gemacht. Einfach, um mir zu signalisieren, dass ich die verschieben kann. Und wenn an einem Tag was schief läuft, dann kann ich jetzt sagen, ja okay, ich gehe jetzt halt früher hin oder ich gehe an einem anderen Tag hin oder wie auch immer. Und wenn ich den loslasse, dann fragt es mich noch, möchte ich das eigentlich nur mit dem machen oder mit allen folgenden in dieser Serie. Ja, mag ich nur mal dem machen. So, jetzt ist der verschoben. Wunderbar. Jetzt ist es so, das hier ist nicht schlecht, aber es ist eben lange nicht alles. Und ich sehe ganz häufig, dass die Personen mit dem Terminplan nur so weit gehen. Und jeder weiß, okay, ja, ich soll jetzt halt noch nebenher studieren. Also außerhalb der Vorlesungszeiten. Und das mache ich dann halt so am Mittwoch von mir aus. Da habe ich viel Zeit vormittags und vielleicht auch noch am Freitagnachmittag oder mal da, mal da. Ja, vielleicht am Samstag, vielleicht am Sonntag. Und das Schlüsselwort hier gerade ist vielleicht. Wir wollen jede Ungenauigkeit vermeiden. Unbedingt. Wir wollen jeden Termin so klar wie irgend möglich machen, damit wir keine weitere Anstrengung mehr mental vollbringen müssen, um jetzt unseren Tag durchzuziehen. Wir nehmen uns was vor, drücken das klar aus und machen das dann. Das heißt, wenn wir das jetzt sehen, dann ist da noch nicht unser kompletter Workload drin. Unser kompletter Workload ist erst drin, wenn wir die Selbststudienzeit mit eintragen. Und ich habe jetzt mal gerechnet. Ich habe geschaut, okay, jetzt sind es, wir sind wieder bei diesen, ich zeige es Ihnen nochmal, diesen 37,5 bis 45 Wochen Arbeitsstunden. Ich habe jetzt mal grob die Mitte davon genommen, also so gute 40 Stunden und habe geschaut, okay, die Vorlesungszeiten, wenn ich die jetzt abziehe von diesen guten 40 Stunden, und wie viel Selbststudienzeit habe ich denn dann noch und habe jetzt das mal eingetragen. Hier, testweise, die gelben Sachen sind jetzt Selbststudienzeiten. Bitte tragen Sie es nicht so ein, wie ich hier. Da komme ich gleich noch dazu, warum das nicht gut ist. Aber jetzt sehen Sie schon mal an sich, wie viel man vorhat, wenn man 30 ECTS im Semester haben möchte. Und das ist nicht wenig. Also man fängt hier gerade eben morgens um 7.45 Uhr an und man endet normalerweise beim Tag irgendwo zwischen 20.15 Uhr und 17.15 Uhr. Das ist auf jeden Fall Full-Time-Job. Das hier ist jetzt Level 2. Level 2 würde heißen, Sie haben jetzt mal Ihren kompletten Workload abgebildet. Alles, was sein muss, ist jetzt immer da. Okay. Aber was jetzt gerade eben hier drin, mir ist der Feedback-Loop rausgeflogen. Denken Sie sich denn hier. Also, was jetzt hier drin steckt, ist alles das, was man erledigt haben möchte. Aber nichts davon ist jetzt wirklich so wunderschön. Und Level 2 ist jetzt eben, der Mensch hat abgebildet, was er machen will, grob, wie groß sein Workload ist. Aber er hat sich den kompletten Spaß rausgelassen. Sprich, er hat da, wo er leer gelassen hat, da, das sind die Zeiten, auf die er sich freut. Und das ist in Ihrem Kopf dann eine ganz blöde Verknüpfung, wenn Sie sich denken, okay, alles, was im Terminplan steht, ist böse und schlecht. Und alles, was nicht im Terminplan steht, ist super und toll und entspannt. Genau das wollen wir nicht. Wir wollen auch reinschreiben, wann wir frei haben. Wir wollen reinschreiben, wann wir Zeit für uns haben. Sie müssen es jetzt nicht durchtacken. Ich will nicht, dass Sie Ihr Leben irgendwie militärisch durchplanen. Aber schreiben Sie rein, was Sie vorhaben, um einfach zu sehen, ja, dieser Plan bildet mein Leben ab und nicht nur meine ungeliebten To-Dos. Vielleicht haben Sie auch Spaß am Studium. Das wäre natürlich schön, ja. Aber halt wahrscheinlich nicht immer. Das ist das eine, der Spaß fehlt. Und das andere ist hier gerade eben noch dieses Selbststudium. Das ist mir noch nicht klar genug. Was mache ich hier? 9.35 Uhr bis 11.05 Uhr. Was studiere ich da? Welches Fach? Mache ich da Englisch? Mache ich da VWL1? Mache ich da Wirtschaftsethik? Ich weiß es nicht. Und das ist unklar. Und dann neige ich dazu, dass ich gar nichts mache oder das Fach, das am schnellsten vorbeigeht, ist nicht gut. Deswegen gucken wir uns jetzt nochmal die Endfassung an dann. Das ist Level 3. Das ist eben der Plan, wie ich Ihnen empfehlen würde. Also schauen wir den hier nochmal grob an, gerade eben. Da ist vieles drin, was man tun muss, aber wenig, was man tun will. Und jetzt unser Musterstudent hat hier mal alles eingetragen, noch in grün, was ihm denn Freude macht oder was ihm Energie zurückgibt. Und was uns jetzt direkt auffällt, ist, dass unser Beispielstudent sehr viel zockt. Also er zockt montags, er zockt mittwochs, donnerstags, freitags, samstags und eigentlich sonntags den ganzen Tag. Es sieht es nach viel aus, aber bedenken Sie, gerade eben hatten wir schon die genau gleiche Situation, nur sah es nicht danach aus, als ob wir so viel Freiraum haben. Hier sieht man mal, wie viel Zeit man jetzt eigentlich noch jeden Tag hat und weiß, okay, es ist eigentlich viel mehr in der Balance, als es vorher danach aussah. Was mir jetzt hier auch gefällt, ist, dass mal die Mittagspause deklariert ist, als Mittagspause, damit man nicht anfängt, so hier drin irgendwie was rum zu studieren oder da rum zu studieren. Hier an dem Tag ist es noch besser, wenn man noch irgendwas vergessen hat und dann macht man da, ja dann hat man auf einmal einen Tag, der um 7.45 Uhr anfing und irgendwann um 20.15 Uhr aufhört. Das machen Sie nicht öfter. Das schaffen Sie einmal und dann hassen Sie den Montag. Sie brauchen Ihre Pause, das da ist eine Pause, also tragen Sie Ihre Pause da ein. Da brauchen Sie nicht mit sich selber zu diskutieren, hier haben Sie frei. Fertig. Das andere, was hier drin gut ist, ist, dass jetzt drin steht, wann Sie welches Fach studieren. Sie studieren hier interkulturelles Management und hier Grundlagen BWL. Und wenn Sie das dann tun, übrigens, dann brauchen Sie jetzt auch nicht jeden Tag 90 Minuten voll für Englisch in diesem Fall ansetzen, sondern Sie nehmen sich prinzipiell 90 Minuten vor und wenn Sie dann die Vokabeln durch sind und die Recommended Readings und was es dann halt noch so gibt und Ihre Heimarbeiten erledigt haben und es ist erst 8.30 Uhr, dann ist es halt erst 8.30 Uhr und Sie haben sich die Hälfte der Zeit gespart. Gut, wunderbar. Also, grob vorsehen und dann halt vielleicht auch schieben, dann fangen Sie halt früher mit dem nächsten Fach an. Aber auf jeden Fall klar schreiben, was wann dran kommt. Und jetzt nochmal zurück zu diesem Zocken und dem, ja gut, der Kinodienstag ist jetzt auch noch hier drin, aber im Prinzip ist hier extrem viel, zocken extrem viel alleine vor dem Fernseher und dann halt die Playstation 4 oder der Computer oder was es halt auch sein mag. Jetzt habe ich PS4 gesagt, es ist das Video gedatet. Ja gut, das ist sowieso hier. Wenn Sie anfangen, einen Terminplan zu machen, dann bitte, bitte machen Sie sich jetzt nicht einen Terminplan, in dem es nur diese roten, gelben und lavendelfarbenen Sachen hat. Sehen Sie die grünen Sachen vor, seien Sie ehrlich mit sich, sagen Sie, okay, wenn ich mir letzte Woche angucke so, dann habe ich da viel gezockt und dann trage ich das jetzt erstmal so ein und dann über Zeit, Woche für Woche, mache ich in meinem Feedback-Loop dann halt so eine Wochenrückschau und überlege mir, kann ich vielleicht hier am Sonntagvormittag studieren, damit ich Montag, Dienstag, Mittwoch länger schlafen kann. zum Beispiel. Oder kann ich den Montag dann eben ein bisschen entlasten, damit ich nicht hier nach den ganzen Studienphasen noch Statistik machen muss, was dann sowieso vielleicht ein schweres Fach ist und mache ich das dann lieber am Sonntag, wo ich ansonsten wenig habe, was mich auszehrt. Oder möchte ich mir den Sonntag wirklich erhalten als einen komplett freien Tag und dann am Samstag noch was morgens machen. Wie Sie es machen mögen, ist egal, aber seien Sie ehrlich mit sich. Erstmal nehmen Sie Sie nicht zu viel vor, fangen Sie hier an und ziehen Sie dann wenigstens Ihren Wochenplan immer durch und machen Sie am Ende Ihrer Woche diesen Feedback-Loop, der am Anfang vielleicht eine Stunde dauert, aber da werden Sie sehr viel schneller werden. Sie werden da nur noch eine halbe Stunde brauchen, vielleicht sogar nur noch eine Viertelstunde. Das ist nur am Anfang. Aber machen Sie diesen Plan, denn es ist einfach so, wenn Sie einen Terminplan machen, der Ihr Leben abbildet und nicht nur Ihre ungeliebten To-Dos, dann neigen Sie viel eher dazu, sich an diesen zu halten und dann wissen Sie halt auch einfach, okay, ich habe das mit mir vereinbart, ich habe aufgeschrieben, am Sonntag wird nichts gemacht, was mit dem Studium zu tun hat und dann ist es jetzt auch einfach so und dann können Sie, und das ist das Schöne, können Sie ohne jede Reue sagen, jawohl und jetzt zocke ich und dann habe ich Pause, dann mache ich noch diesen nächsten Wochenplan und dann zocke ich wieder bis abends vielleicht noch länger an dem Tag, bis ich ins Bett gehe, keine Ahnung. Das ist dann Ihre Entscheidung und so bildet dieser Plan dann wirklich Ihr Leben ab und darum geht es. Vielen Dank.